war die oh gott schon der perfekt wieder mal hast du das gerade gesehen dass meine mf old von set geblockt wurde warum warum wird dahinter nichts getroffen warum was ist er voll um sehr unbalanced ich bin raus raus wenn drei hätten verget es gibt sich jetzt muss ich gegen den random der der auf level 8 auf helios 2 hat spiel ich verabschiede mich auch direkt viel spaß so leute ich wünsche euch eine gute nacht bis morgen 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 stream mal wieder aus dem knasten wie sich das gehört aber kann sein dass wir nicht auch im pb kommt dann werde ich vielleicht live server zocken mal gucken haute rein bis morgen